Ich bin die ganze Zeit hier am Suche, aber meinst du, du findest mal irgendwo Kühe? Allen Scheiß findest du, nur keine Kühe. Dann muss man wieder back home. Das ist doch gar kein zuhause. Doch, da sind zumindest meine Kisten und mein Bett. Und da brennst. Ist hier Creeper Party oder was? Und Hexen Party. Creeper Party. Wo? Zwei Creeper. Muss ich grad vorbei gehen. Hat jetzt einer schmierst... Ey, voll die plane Stelle. So. Sag, du bist schon da bei mir irgendwelche Kühe zu... Leuch? Ich muss erstmal mein eigenes Hause kurz, aber ich werd dir welche bringen, wenn du willst. Insofern die das mal geben. Langsamkeit. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Mini Creeper. Oh Gott. Das ist in der Nacht überhaupt nicht gut, dass ich Langsamkeit bekommen habe. Wo ist denn Hause? Da ist Hause. Schnapp macht das... Das sieht aber auch cool aus hier. Das sieht so aus wie Xenoblades gerade. Wo ich hier durchlaufe. Das Spiel, was du so liebst. Das Spiel, was ich... Oh fuck! Ich hab ja nur noch... Nein! Ich hab noch ein... Ich hab ja nur noch ein Holzschwert... Ich hab ja nur noch ein Holzschwert... Äh, geliebt hab. Ich hasse es ja auch nicht, aber es ist mir einfach zu kompliziert. Alter, verpisst... Verpisst doch ihr Schaltspinnen! Verpisst doch! Verpisst doch! Verpisst doch! Verpisst doch! Verpisst doch! Verpisst doch! Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss überhaupt. Bei Skelett, geh mir nie auf den Fick, ey! Was hast du denn hier erzählt? Haben wir jemanden reingebaut? Hier hat sich mal jemanden reingebaut. Seikers Range... Range... Ja, Range. Das ist immer noch peinlich. Ich hab ein halbes... Ich bin tot! Nein! Nein! Eigentlich immer noch voll peinlich, dass ich da Range geschrieben hab. Ja, er hatte ein Bett, aber ich bin noch nicht bei mir zu Hause, deswegen... Wir gehen mal gar nicht, beschlauern! Oh Gott! Ich hab nicht mehr mehr Holz, ey! Na gut, dann renne ich mit meinem Diaschwert dahin. Ach, da hinten. Schön ist, mein Haus erkennt man direkt, wenn man so von außen mal da drauf zuläuft, ne, vor allem in der Nacht. Hast du denn jetzt einen Punkt, wo du dich hinbauen willst? Ja, der ist in der Nähe von dir. Dann sag mir nachher mal irgendwann, wenn ich... Aber ich glaub, ich hab... Ich will keine Burg bauen, aber ich will auch in so einen Berg reinbauen. Eigentlich wollte ich meine Burg nur in einen Berg reinbauen. Das war mein Ursprungsziel. Einfach so eine... Ja, wie gesagt, eine Burg in den Berg. Und dann hab ich halt Game of Thrones gesehen und dachte so, Alter, du kannst doch eine riesen geile, äh, Mauer bauen. Ich will da so eine kleine... So ein Pen... Na, Penthos macht ja keinen Sinn, aber so eine kleine Suite reinbauen, für mich. Und meine Animals. Meine Animals, die jetzt kein Licht mehr haben, weil mir irgendwann die Blastung geklaut hat. Wie lange bleibt der Spawn eigentlich da? LOL! Unsichtbar! Unsichtbarer Zombie? Was bleibt? Wie lange? Wo? Lang bleibt der Loot. Da liegen von einem. Keine Ahnung. Unsichtbarer Zombie mit kompletter Eisenrüstung. Was ist das denn? Oh, du kannst es ja ungefähr abschätzen, äh, vom King-Battle. Da kann ich es nicht wirklich abschätzen. Nix geil. Ja, zehn Minuten waren es ungefähr, ne? Weiß es nicht. Vielleicht lag das daran, dass er direkt die Spawned ist, weil ich, äh, einmal aus der Dings raus gewesen bin. Nee, die Spawned ja nicht einfach. Nee, wenn der Charm aktiv ist, bleibt das Zeug da liegen. Schnapp, mach das Krokodil, Krokodil, schnapp. Könnt ihr, ey, wenn ich jetzt mal Dias schwert auch noch verliere, weil ich unterwegs nochmal draufgehe. Du hast doch 180 Dias gefarmt. Ja, aber... Trotzdem schade. Brauch ich viel Rüstung und so. Sag mal, hat doch jemand Kühe von mir genommen, das waren doch mal mehr. Vielleicht sind welche abgefackelt. Letztes Mal waren es auch schon nicht viel. Schlimme Kühe kannst du nicht sein, aber das Glowstone muss mir irgendjemand geklaut haben, weil, guck, das ist genau das von den Hühnern, wo ich oben das auf die Stäbe drauf gebaut hab. Ich hab keinen Glowstone. Ich guck gleich mal zu dir. Ich guck gleich mal zu dir. Fuck, ich hab vergessen mehr was zu essen mit so... Jetzt muss ich mega langsam schleichen hier. Jetzt muss ich hier vier Kühe, fünf Kühe annehmen lassen. Aber jetzt wird immer ein Tag, das ist schon mal gut. Bisschen reinrassig. Anderes wollen wir hier nicht haben. Boah, du Rassist. Ich bin nur deutsche Kühe. Korrekt? Das ist eine korrekte Aussage. Du musst das ja auch. Oder englische. Aus Manchester. Oder Wrestler. Oder... was? Wrestler-Kür? Ja. Die guten Kühe aus Wrestler. Wer kennt sie nicht? Ja, Mann. Bestimmt irgendwo... Die muskulösen Kühe bestimmt. Ja, geil. Noch drei... Sind das 300 Meter oder 3000? Gibt's ja diese eine gezüchtete Rasse, diese Muskelkühe. Was ich schon mal gesehen hab, hab ich mal bei Galileo gesehen. Echt? Ich hab schon mal bei Galileo gesehen. Ich bin intelligent. Was sind die? Warum züchtet man solche Kühe? Weil... Ich weiß nicht mehr. Mit Geld verdient, weil das Touristen anlockt. Die Muskeln... Das Fleisch soll besser sein. Wetter. 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 Ja, die Englisch-Künstler. Diese Kühe werden in England gezüchtet. Sonst sind das so argentinische Rinder, zumindest. Die sind nur stämmig, aber die sind wirklich muskulär. Ja, aber das Fleisch ist doch ein Dicht. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht weiter. Von hier an blind. Von hier an blind. Ach ja, wir sind Helden. So, ich bin bei dir. Ich glaub, die leben nicht mehr. Ich glaub, die leben nicht mehr. Weiß ich nicht. Zwei Steine weg, die ich hierher gemacht hab, bei deiner U-Bahn-Station. Was? Um die Tür dazu zu machen. Ich hab die nicht als letztes benutzt. Ich bin ziemlich sicher. Ich war damit beschäftigt, hier alles abzufackeln. War das noch, wenn man kein Essen mehr hat, verliert man ja auch Leben auf dem halben Setz. Ja, da ist doch noch jede Menge Glows. Ach, da meinst du. Guck mal, ich hab, warte mal ganz kurz, komm mal her. Wo bist du? Moment. Ich bin auf deinem Handgeläufer. Dein Markkreuz. Ich hab das nie in den Mund genommen. Hier, warte mal. Hier hatte ich ja schon alles gebaut, von hier. Hast du ja gesehen, ne? Was denn gebaut? Dass ich hier ex... Ich hab da doch geplant, hier erstmal da dieses Glasdingen zu machen. Und dann da drunter nochmal so... Also quasi so... Warte mal. Okay, kann ich jetzt grad nicht zeigen. Aber dass dann... Quasi... Einen noch weiter rechts und einen weiter unten. Dass da dann das Glowsstone war. Das hatte ich schon bis hier hinten hingebaut. Das ist alles weg. Ah ja, stimmt. Aber wo... hä? Wo ist das hin? Und bei den Hühnern da hinten merkt man ja... Weil das bei den Hühnern kann nicht abgefackelt sein. Ja, das hab ich auch gesehen. Da hinten ist, ne? Das mit dem Unterwasser Zeugs. Hä? Aber wo ist denn das hin? Das muss mir irgendjemand geklaut haben. Es könnte natürlich... Ne, abgefackelt sein kann er nicht. Ne, 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 ne. Es könnte natürlich sein, dass er Striker war. Weil der hat mir letztens jede Menge Glowsstone gegeben. Oh, 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 oh. Also, ich will jetzt hier nichts unterstellen. Aber er hat gesagt, er war im Nether und bringt mir Glowsstone mit. Aber vielleicht hat er sich auch gesagt... Das ist ein schlechter Witz. Guck dir... Guck dir die ganzen... Ja, auf jeden Fall. Guck dir die ganzen armen... Hühner an, die jetzt gar nichts mehr haben. Ja, die... Die stehen alle hier am Rand und wollen... Ja, eben! Ah, Licht! Licht! Außer der eine... Was ist das hier eigentlich? Der Steffi rennt zwischendurch. Was, das? Das brennt. Ja, was das darstellen soll. Das weiß ich nicht. Ich hab einfach irgendwas gebaut, was brennt. Und hier das wunderschöne Bett. Wie er stand da drauf. Wie im Leder. Das ist wie irgendwas. Ja. Hier brennt's noch mal. Da ist noch mal so... Und da brennt was. Und hier war auch noch mehr Glowsstone oder war das das Einzige? Hat gerade einer zufällig... Gerade ein bisschen Zeit ins Menü zu... Und mir zu sagen, wie viel Leder ich für einen großen Rucksack brauche. Äh... Äh... 8. Oder 8 halt. Ja, ich brauche ja verbessertes Leder. Oder nicht? Ja, 10. Ja, verbessertes Leder. Ja, dann brauchst du noch viel mehr Strings. Aber für jedes verbesserte Leder brauche ich ja... Äh, für jedes verbess... Ja, für jedes verbesserte Leder brauche ich ja schon zwei einfach Leder. Ja. Ja. Red mich hier im Kopf im Kragen, ey. Okay. Ja, muss ich mal Basti fragen, ob er was er davon hält, dass es mein Glowsstone hier weg ist. Also ich könnte es mir vor... Also ich habe jede Menge Glowsstone bekommen. Glowsstone Dust. Was sagen wir das so? Was brauchen wir denn Glowsstone? Das... Also wenn das wirklich wahr ist, dann... Im Glowsstone ist das ziemlich leicht verarscht. Ja, okay. Aber ich dachte man braucht das auch für... für Tränke oder... Ja. Ja. Aber ich schätze... Also wenn das wirklich wahr wird er glaube ich gedacht haben... Ja, hier brennt ja sowieso alles, ne? Ich habe ja gesagt, dass ich das als Ruine weiter benutzen will. Vor allem kann er sich doch denken, dass ich glaube ich hab so viel Herzblut in dieses Glowsstone reingesteckt. Hast du wirklich? Ich war ohne Rüstung im Never. Und hab ich da durchgefeidet. Okay, aber... Im Never greift dich jetzt noch nicht so viel an. Ja, aber ich hatte auch keine Spitzhacke dabei. Das heißt, es hat ordentlich gedauert. Alter, hast du das per Hand abgebaut? Ja. Alter, das dauert doch... Nee. Ich wusste halt nicht, wie ich mich wehren sollte. Das sieht echt aus nach Xenoblades hier. Oh, jetzt bringe ich diese Grafikfehler schon wieder richtig auf. Das sieht schon schicke aus. So, ich versuche jetzt das Unmögliche. Ich habe auch nichts durch Google nichts gefunden, was diesen Grafikfehler irgendwie auflöst. Ich versuche jetzt das Unmögliche und bringe dir Schafe vorbei. Äh, Schweine. Sehr, sehr freundlich. Ich habe das jetzt schon mal versucht, aber nach 20 Minuten hat das nicht mehr funktioniert. Ich nehme ein Stack Karotten mit. Um ein bisschen was zu essen. Ist ja ja auch cool hier einfach mein Haus aufzubauen. Alter, langsam nehmen die Grafikfehler wieder zu. Ne Idee, ich nehme einfach meine Hunde mit. Boah, da kommt einer auf. Ganz krasse Idee. Eben wir uns ja schon alle Hunde im Umkreis abgefarmt hat. Waren nicht viele da. Also, da gab es nicht viel zu holen. Na, wenn Monster kommen, dann... Pa, 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 pau. Wären die einfach kaputt gemacht. Meinen Hunden. Boah, ich finde einfach keine Kühe, Mann. Was ist das, Alter? Als wenn die ausgestorben sind hier auf dieser Welt. Hallo, Schweinis. Alter, wie die angerast kommen. Haha, wenn ich eine Krotte hinhalte. Das ist im Osten nichts Neues eigentlich für dich, oder? Zwei reichen ja, ne? Ja, klar. Ostwitze, wenn die halt. Ja, sorry, das war echt wieder so eine... Alles gut. So eine krasse Stallvorlage. Okay. Aber ich glaube, ich bin so langsam im Sumpfgebilde. Hier sind überall Schafe, ne? Die vermehren sich schlimmer als Kanickel. Muss schon was heißen. Du glaubst doch nicht, dass ich hier mal irgendwo Kühe finde. Die Unmöglichkeit. Wie lange nimmst du schon auf? 26 Minuten. Sag mir mal so bei 540 Bescheid, wenn du dran denkst. Jo. Lass dich mal zurück zu meiner Face laufen. Renn ich da jetzt für eine Kuh über das ganze Wasser? Ja, mach ich. Kann man irgendwie, aber es ist unmöglich eigentlich diese Tintenfische oder was das hier im Meer ist, ne? Sich dir als Haustiere halten? Hm. Du kannst die anzäunen. Hm. Ja, aber du kannst die anzäunen. Das hab ich schon sehr oft versucht, aber die D-sporten. Außer du gibst den, glaub ich, Nametags. Ich weiß noch nicht, ob du denn das geben kannst. Du kannst die anleihen. Glaub ich. Aber das ist alles ohne Gewehr, die Angaben. Mach mal schön los. Also eher ein Ding der Unmöglichkeit. Ich sehe sonst gar nichts. Also ein Schwein ist schon mal tot. Bitte? Ein Schwein ist schon mal tot und ich bin noch nicht mal 5 Meter gelaufen. Wie viele Schweine hast du dann von Anfang an mitgenommen? Nein. Ja, mehr kann ich sowieso nicht mitnehmen. Funktioniert nicht. Ich hab's mal geschafft. Also ich bin mit 5 Schweinen damals gestartet, meine Mission. Dann waren's irgendwann nur noch 3. Ja. Und dann haben die sich immer in den gleichen Scheiße festgerannt. Die scheiß Viecher. Ich glaube, Gott ist unterwegs. Leute, ich hab 5 Kühe oder so auf einmal gefunden. Richtig geil. Nur sind die viel zu weit weg, um die selber anzulocken. Deswegen töte ich die, ne? Na, ist nett. Leder, Alter. Bringt mir Leder. Erste Kuh bringt mir gar keinen Leder. Zweite Kuh bringt mir Leder. Damm, hier. Ausrotte. Bleib stehen! Bleib stehen! Die rennen weg! Lasst euch töten! Die bringen mir... Ey, weißt du, da find ich so 10 Kühe. Meinst du, der gibt einer mal Leder? Echt, Alter? Der ist von... Hat ich ne Freyscheid? Sagt mein Mann. Was? Ne, 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 ne. Alter, ist voll das... Blätterschwein hier. Blätterschwein? Blätter. Ja, ich hab 20 Kühe getötet ungefähr und ich habe einen Leder bekommen. Hat das irgendwas, wenn ich die mit einem Steinschwert töte, das hat doch keine Auswirkung eigentlich, oder? Eigentlich nicht, ne. Nö. Und wenn du die mit einem brennenden Schwert tötest... Ja, gut, dann ist klar. ...kriegst du brennendes Fleisch. Aber dann kriegst du kein Leder raus, oder? Hm... Weiß ich nicht. Ich glaub, da kriegst du genauso Leder raus. Ich hätte Facken mit dem Leder raus. Obwohl, ich könnte eigentlich... Gibt's denn 1.7 Pferde? Ja, ne? Ja. Was? Die hat ja schon eins. Blätterbutter. Vielleicht hätt ich nach Pferden suchen sollen. Hier die ganze Population an Türen aus in diesem Gebiet. Ich baue jetzt Zeit als Wunderland, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle.